Aber frieren tut er immer noch wie Helle. Ja klar, weil die Klamotten komplett sind. Ja, ja. Guten Tag. Alter, ist deine Jacke kaputt? Die ist auch beschädigt, ja. Ich muss mal durchgucken, ob bei mir alles in Ordnung ist. Kann man eigentlich Handstellen wieder öffnen, Vince? Ja. Nur mit Schlüsseln? Also damals ging es auch so, wenn du es halt lang genug machst, dann... Tatsächlich geht es lieber mal nicht aus. Ich wollte gerade sagen, ja. Warum auch immer, ich komme irgendwie nicht ins Game. Nicht auf dem Körper, oder? Ja, hier steht halt die ganze Zeit Position in Q1, aber es geht nicht weiter. Steam ist gerade auch abgeschmiert irgendwie. Ja. Aber wir sind ja trotzdem drauf gekommen. Kann ich einen Zombie mit dem Zelt erschlagen? Ich glaube nicht, gestern hast du irgendwie kein Damage gemacht. Ne, der holt auch nicht aus. Du denkst auch, du bist Rocky Balboa, ne? Und soll ich es dir zeigen? Ne, ich kann mich nicht wehren. Ich bin nur so schnell wie Mohammed Ali mit den Füßen, siehst du das? Was? Würde ich jetzt das Zelt so auf dich drauf fallen lassen, dann kriegst du deine Kopfschmerzen? Ne, weg von mir, ich will zielen. Ziele? Ziele, Ziele? Was ist denn das jetzt für ein Visier, was du da drauf hast? BSO. Ah. Ah. Warum hast du den Helm abgesetzt? Hat er so einen Bug gegeben? Ich kann nicht zielen, aber das liegt glaube ich am Rucksack. Der ist auch nur beschädigt, okay. Hm. Wie geil, hast du den Rucksack abgelegt? Ja. Das sah gerade aus. Weil du lagst noch so, als wenn der Rucksack dran wäre und auf einmal bist du unter dem Rucksack weggerobbt. Das sah aus, Alter. Tja, ich muss wohl warten bis Steam wieder geht, ich komm nicht rauf. Hm. Was ein Mist, ey. Kack Steam. Ja, dann logge ich mich aber auch nochmal aus. In welche Richtung müsste ich denn laufen? Ja, in... Ja, dir das jetzt zu erklären, ja geil. Einfach nur gerade, also sag mir eine Richtung in die ich laufen muss. Geradeaus, links, rechts. Er hat doch einen Kompass. Das sind ja nur theoretisch... Norden nach Kamensk. Und von Kamensk dann weiter die Straßen nördlich folgen. Oder soll ich denn hin gehen, Vince? Ja, warum nicht? Weil ich kann halt mit meinem, mit meinem schon mal einen Meter machen, mit dem Zelt. Ja. Dann geh ich mit. Eben, umso schneller geht's, ne? Weil ich kann ja normal laufen mit meinem Kanister, wenn ich dann nochmal wieder reinkomme. Ja. Ja. Bevor er sich dann doch noch verläuft. Ich wär jetzt einfach ganz lange geradeaus gelaufen. Und dann wär ich schon irgendwann im Norden gekommen. Angekommen. Ja, dann wärst du vielleicht auch noch vorbeigelaufen, weil... Das ist möglich. Das Problem ist halt einfach nur, wenn du so ein, zwei Grad unterschieden läufst auf dieser Strecke, ist das am Ende eine sehr große Distanz. Ah ja, das stimmt. Also ich hab ja auch jetzt so einen goldenen Kompass dabei. Ich hab einen dabei. Und da läuft es wieder. Siehste. Alles tolle. Meinst du Steam oder der Server? Ja, Steam. Okay. Und zock auf einmal lädt er auch. Haben wir wohl Glück gehabt, dass wir, kurz bevor es abgeschmiert ist, raufgekommen sind. Ja. Morgen müsst ihr dann ohne mich erstmal zocken, auf jeden Fall. Morgen ist ein bisschen Umzug dran. Was ist denn morgen? Mittwoch, ne? Ja, ja. Nach Norden muss ich laufen, in die Richtung. Einfach nur geradeaus weiter. Tja, ja. Sag nicht geradeaus weiter. Du weißt doch nicht, in welche Richtung ich geguckt habe, wo ich mich ausgelockt habe. Er läuft ganz im Süden. Nach Elektro oder so. Du könntest ja einen Schuss abgeben, Vince. Brauchst du nicht. Ich hab einen Kompass. Ja, ich würd's ja so nicht machen. Zwei Pilze hier ein sein. Magic Mushrooms. Ja, ich konnte eine Sekunde laufen. Haben tun wir gerade nur ein Zelt, ne? Hm? Ein Zelt haben wir nur. Oder haben wir nur eins aufgebaut und ein zweites liegt noch? Sie haben nur eins. Ah, ok. Und ein zweites hast du in der Hand. Ja. Deswegen haben wir das ja beschlossen mitzunehmen. Pass auf, Alter, jetzt gehen wir auf die Military und da liegen 20 Zelte. So wie gestern, ne, Vince? Gestern auf Military, vier Zelte gehabt. Oh, Mann. Ach, da seh ich euch nappel doch schon. Mal einmal durchlaufen. Ohne irgendwie nochmal raus und wieder zurück. Sondern wir haben einfach nur die Zelte durchgesucht. Hup, Alter, vier Zelte. Ach, da kommt der mit einem verbogenen Ellenbogen. Aber der gibt mir meine Scherenhände nicht mehr wieder. Das find ich ziemlich enttäuschend. Guck mal mit dem Alten bis links und rechts. Mach ich. Bringt nix. Ich guck die ganze Zeit mit Alt. Wir müssen wieder ein paar Türen finden, die ich auf und zu machen kann. Pass auf, gleich bleibe ich wieder so stecken wie bei Arma und lauf nur noch so. Alter, wie groß einem die Map vorkommt, wenn man nur geht. Aber gut, ne, die Map ist auch schon groß. Was ist die? 200 Quadratkilometer oder so? Aber wenn es sowas geben würde wie Fahrräder oder sowas. So wie in Heroes and Gentlemen. Ja, da finden wir erstmal so ein fettes Downhill, Alter. Ja. Ja, oder von mir aus, wenn es auch nur ein altes Damenrad ist. Scheißegal, aber... So ein, so ein, so ein, ähm... Klapprad. Postbotenfahrrad oder sowas, wo du dann auch wirklich noch was draufpacken kannst. Das wär witzig. Oder so ein... Ja. So ein Postbotenfahrrad. So ein Lastenfahrrad. Dann fährst du da die Straße und dann wirst du auch beschossen, ey. Nur weil... Nur weil du ein Postbote bist. Der rasende Kurier, ey. Oh man. Ja, Breaking Point ist ja auch nicht schlecht gewesen. Da hat's, äh, Helikoptern an als mögliche. Das war ja ne armer 3-Mod. Ja, die fand ich aber irgendwie auch nie so gut wie Daisy. Da hat zu viel noch gefehlt einfach. Du hattest zwar mehr Möglichkeiten, aber es war auch alles noch nicht wirklich da. Das... Dieses Klassensystem war ein bisschen seltsam. Ähm, wenn ich hier auf der Map so ein Kornzeichen habe. Das ist ja so Bauernhöfe. Das sind ja so Bauernhöfe. Was... Was finde ich denn da für ein Loot? So einfach nur fressen oder was? Oder... Sind da spezielle... Ja, fressen. So Samen zum Beispiel. Spitzhacken. Ah, okay. Und sowas. Das ist alles was man so zum Feldbearbeiten brauchen könnte. Genau. Okay. Aber ne Haka haben wir immer noch nicht und sowas, ne? Ja. Schade. Das Auto, was wir gefunden haben, war in Radneuer, oder? Kaminsk. 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 Alter, das ist ja noch über Radneuer. Wir sind ja noch nicht mal in Radneuer, glaube ich, ne? Ja, wir müssen, glaube ich, mehr rechts laufen. Ähm... Ja. Also gut, wir laufen direkt auf Radneuer zu, ey. Mehr oder weniger. Warte, ich packe mal hier den Kompass aus. Ja, wir laufen schon ein bisschen rechts, also Nord-Ost laufen wir schon ein Stück. Okay. Nord-Ost? Ja. Wir müssen nach Nord-West. Ja. Nord-Nord-West, ja. Äh, ne, laut Map nicht. Wenn wir von Grishino weglaufen müssen wir laut Map. Äh, Nord-Ost. Nord-Nord-Ost. Nord-Nord-Ost doch. Oh, ich muss trinken. Ist rot. Film auf, wir sind doch links am Devils Castle vorbei. Ja. Ja, dann müssen wir minimal, also entweder Nord-Nördlich oder Nord-Östlich. Ein Stück. Wir kommen aber auch nicht nach Radneu. Nach Kamenz. Doch. Na klar, das ist doch gleich hier vorne, wenn wir aus dem Wald raus. Wenn wir links vom Devils Castle lang gegangen sind, dann ist vor uns direkt im Norden Radneu. Ja, hier oben auf dem Hügel ist das Devils Castle, wo wir dann vorbeilaufen. Ist mehr oder weniger genau... Ja, genau. Ja gut, wenn wir direkt... Ja, ist halt die Frage, wie weit wir hier im Wald sind. Na ja, direkt vor uns würde eine Straße kommen im Norden. Das sehen wir doch dann links-rechts, was los ist. So, jetzt habe ich getrunken, jetzt geht es mir wieder gut. Lasst mich nicht allein! Gehe. Robertson! GEPB! Ja, heftig, oder? Hat sich Kumpel von mir eine neue Grafikkarte bestellt gehabt. Jetzt im Black Friday hat er eine gekriegt im Angebot. Kriegt sie geliefert, baut sie ein. Hat da, was hat er gesagt? Flimmern, flackern und ich weiß gar nicht genau, wie er das genannt hat. War so total im Arsch. Im Hochfahren schon hat die nicht richtig funktioniert. Hat so Kacheln gekriegt und so ein Mist im Bildschirm. Richtig ärgerlich, ey. Ja, wieder zurückschicken, neu holen. Ja, klar, hat er auch gemacht, hat er gleich zurückgeschickt, ausgebaut und wieder zurück. Kannst ja nicht viel machen, ne? Ja, genau. Ja, sicher. Ja, sicher. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich gucke gerade, was ich hier so finde. So, mein STRG war festgeklemmt. So, ich kriege mein STRG jetzt. Ah, perfekt. Jetzt muss ich gar nicht mehr festhalten. Ah, W, einklemmen. Na gut, so ist es auch okay. So brauche ich nur STRG drücken. Apropos, warte mal. Einmal kurz umdrehen, finde ich hier vielleicht noch ein Cent-Stück oder so. Ich hab einfach ein Stück Papier zusammengeklemmt. Und da reingesteckt. Zusammen gedrückt und reingesteckt. Sammengedrückt und reingesteckt, sagt er. Ja, 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 ja. Hast mich schon verstanden. Yo. Jetzt hab ich euch nur verloren. Ja, ich bin ja nur gerade ausgelaufen. Verloren kannst du mich ja nicht haben. Ende dieser Scheiß-Weid auch irgendwann mal. Nein. Nicht im Gehen. Aber jetzt kann ich mir wenigstens auch im Laufen einbauen. Das ist wie dieser Suppenteller, der sich immer wieder nachfüllt. Egal wie viel du rauslöffelst. Ich glaube, wir haben ein bisschen vor. Rechts von Rad Neu ist ohne mein Fahrzeug-Spawn. Okay. Vielleicht haben wir ja Glück. Und da ist dem nur zwei Reifen fehlt. Aber dann fehlt uns ja immer noch eine Batterie. Und Batterie ist drin. Ey, wenn auch mal die Eisenbahnschienen auftauchen würden, dann wäre ich ja glücklich. Warte, ich guck mal, ob ich sie sehe. Okay, ich sehe sie. Dann dauert es doch nicht mehr lange. Ist doch gleich geschafft. Boah, aber ich freue mich ehrlich gesagt auch schon auf meinem Bett, Alter, ich werde langsam echt müde. Ja, je nachdem, wie lange es halt noch dauert bis zur Base. Mal gucken, ob ich vielleicht noch bis zur Base mache oder vorher schon pennen gehe. Habt ihr einen Schuss gehört? Ja. Ja, das war rechts von uns. Aber was schießt denn du? Komm, lies. Ich habe jetzt keinen Bock, die alle mit der Axt wegzumachen. Oh, ich sehe Bahnschienen. Ah, wir sind, wir kommen rechts von Radneu, glaube ich. Weil da ist nämlich diese Straße, die nach, äh, zu dem, zu dem Autospawn führt. Ja, da wollte Mardin ja auch hin. Ja, ja, aber wir ja nicht. Wenn wir jetzt ein bisschen... Ach nee, das ist genau die richtige Richtung, die wir laufen, um nach Kamensk zu kommen. Hm. Wir müssten nur geradeaus laufen. Gehen. Oder schleichen. Oder rumpeln. Mit was schießt du, Mardin? AK. Okay. Ich habe so viele Magazine und Musikionen dafür. Bist du, äh, bist du schon in dem, bei dem Autospawn dahinten? Ja, ist kein Auto. Ah, dann ist das ganz schön laut, Alter. Ganz schöne, ganz schöne Entfernung macht der Schuss. Ich gucke hier gerade noch kurz die Häuser durch. Die schuppt man so. Mensch, jetzt kann man sich mal in Ruhe am Rücken kratzen, ohne dass man anhalten muss. Bist du eigentlich selig, ach da... Links von dir, glaube ich. Oh, wenn wir in Kamensk sind, ne? Wenn wir in Kamensk sind, haben wir es nicht mehr so weit. Ja, erstmal könnte er gucken in Kamensk, ob Fahrzeug da ist. Hm, also die Hälfte haben wir jetzt geschafft. Du meinst die Hälfte nach Kamensk? Ja, richtig, genau, nach Kamensk die Hälfte. Weil wenn ein Fahrzeug nicht mehr da, dann ist sowieso alles scheiße. Na ja, dann haben wir wenigstens schon mal ein paar Anbauteile. Ja. Und dann musst du halt wieder ein Auto finden. Ja. Problematisch wird es dann, weil wenn man zurückgeht zum Dings, um die Fahrzeugteile zu holen, zurück zum Fahrzeug geht und es wieder D-Spot ist in der Zeit. Ja, das ist doof. Das ist scheiße. Aber Fahrzeug ist trotzdem nicht da. So wie es scheint. Schade. Hupsala. So. Ich glaube, auf der ganzen Map-Verteil gibt es da irgendwie nur 10 Autos oder so, oder nicht? Boah. Wenn überhaupt, ja. Aber wenn man sich überlegt, wie viele Möglichkeiten es gibt, wo ein Spawn könnte, ne? Das sind ja bestimmt, wenn du so durchziehst, 200 Spawns, die es da so gibt. Oh, wir sind endlich an der Straße. Oh, nee, da ist ein Fluss. Komme ich da mit dem Zelt durch? Ich bin jetzt hier unten an dem Militärgelände. Auf dem Militärgelände. Welches Militär... Ach, da! Da, wo der Fahrzeug vorne ist. Hm, sehe ich gerade. Ich habe zu weit rausgescrollt, deswegen sehe ich... Da habe ich das nicht gesehen gerade. Ja. Und was tolles gefunden? Eine Landmine. Obra. Aesop. ACOG. Für was ist denn das? Für welche? Für das M4. Könntest du das mitnehmen? Ja, ich gucke gerade. Genau, komm mal ein Stück ran hier, Winnie. Musst du nicht so alleine hinter mir laufen. Alleine ist auch immer doof. Alter, wenn du willst, ist jetzt auch schon wieder eine halbe Stunde her, Alter. Wir sind schon seit einer halben Stunde wieder durmendet. Ja, das ist voll übel, ey. Wir sind immer noch aus dem Wald raus. Und es regnet nicht mehr. Ja, zum Glück, ey. Jetzt friert der Boy wenigstens mal nicht. Ja, was meinst du, Winz? In Kamenske die Autoteile direkt anbauen oder mit zur Base? Also wenn das Auto dann auch steht, dann würde ich sagen, direkt anbauen, oder? Gab es ja einen Restart. Also eigentlich dürfte ja dann nichts mehr passieren. Ich würde sagen, wir können es ja schon mal so gut wie fertig bauen, oder so. Und weil ich meine, ein Reifen fehlt dann ja noch und so. Und vielleicht, dass wir noch die Zündkerzen oder so halt mitnehmen und bei uns ins Zelt packen. Und halt, wenn wir, ne, mit dem Auto fahren wollen, stecken wir die Zündkerzen wieder ein. Ja, wir können dann ja noch über das Militärgelände die, in die Garagen kurz gucken. Beim Militärgelände looten werden wir ja wohl kaum hinkriegen mit keinem Platz mehr. Na ja, vielleicht finden wir noch ein Zelt. Ja, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Dann kannst du auch noch eins mitnehmen. Ja. Dann kriegt jeder seine eigene Schlafkoje. Das wäre das Beste natürlich dann daran. Jeder sein eigenes Zelt. Ja. Dann jetzt haben wir genug. Oh, müssen wir mal gucken. Könnte ja mal schnell drüber laufen über das Militärgelände dann. Gibt es, wie viele verschiedene Zelte gibt es denn? Klein, mittel und groß. In erster Linie wäre erstmal egal, was für ein Zelt du noch findest, oder? Ja, es gibt also klein, mittel, groß und dann gibt es ja noch das K-Zelt. Okay. Was haben wir jetzt da stehen für eins? Wir haben ein großes und du hast ein K-Zelt. Das K-Zelt, das weiß ich ja. Hallo. Und das K-Zelt ist nochmal größer, oder was? Ja. Ja. In das Fahrzeugzelt passen 1200 Reiten. Uiuiui. Und in das andere hat 700. Aber warum hältst du jetzt nicht mehr, du alte Drechse? Ja, jetzt. So, und hier haben wir noch durch die Beste.